Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit, ohne Amarettinis, Milch und einem Schlagsahne. Gute Idee, bei dir wollte ich mich schon immer mal beschweren. Die Fastenzeit ist doch endlich vorbei. Oder wie man auch sagen könnte, ab jetzt bilden die Deutschen wieder Antikörper. Sagt gerade der Richtige. Ich bin nicht dick. Ich brauche halt nur einen längeren Selfie-Stick. Oh, stimmt. Einmal die vier. Als Vorspeise die Nutella-Suppe, einen Schmunzelhasenbraten mit dem Marzipankartoffelsalat und dazu einen Haribo-Goldbeeren-Smoothie. Bezeichnet man solche Kunden eigentlich als Abnehmer? Was? Momentchen mal bitte. Stefan, wenn ich den Süßkram nicht mehr sehen kann, werfe ich abends den Schweineschmalzbrunnen an, gönne mir einen Spanferkel-Smoothie und knabber eine leckere Wanne Chips. Was ist eigentlich die Steigerung von Gewichtszunahme, Gewichtszunami? Also seit 1999 nahm in Deutschland der Anteil übergewichtiger Männer um 40% und der bei Frauen um 24,2% zu. Soll ich jetzt ein schlechtes Gewissen kriegen? Anke, deine Figur ist doch mit Wispen vergleichbar. Wegen meiner Talie? Nee, die machen sich jetzt auch wieder breit. Mach 343 Euro, sammeln Sie Godavspunkte, haben Sie eine Weight Watchers Card oder sind Sie im Rita-Sportclub? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Anke's Tanke in der FFA Morning Show mit Daniel und Julia.